Mit ein paar Unterhosen könntest du einen Familienklan wie die Geissens aufbauen. Erstens, werde in der Schaustellerfamilie in Köln geboren. Der Schritt ist aber optional. Zweitens, gründe mit deinem Bruder eine Sport- und Unterwäsche-Marke namens Onkel Sam. Und drittens, mach eine jährliche Umsatzsteigerung von 100%. Nummer 4, verkaufe dein Unternehmen 9 Jahre später für 150 Millionen D-Mark und kassiere die Hälfte davon ein. Nummer 5, heirate zwischendurch deine langjährige Freundin und investiere stetig in ihre Oberweite. Sechstens, ab jetzt kannst du als Privatier leben. Siebtens, verkaufe deine Privatsphäre in RTL 2, produziere 20 Staffeln und sacke pro Staffel 2,5 Millionen ein. Achtens, vermarkte als letzten Schritt noch deine Töchter. Fazit